Herzlich willkommen im Auto aus Langengris-Kirchen. Mein Name ist Alexander Radinger und ich darf Ihnen heute den brandneuen Skoda Octavia präsentieren, den Sie natürlich in unseren Standorten in Gris-Kirchen, Haag am Hausruck und Ried im Ingress testen können. Beim neuen Octavia können Sie wie gewohnt zwischen der Limousine und dem Kombi wählen. Bei den Motoren kommt neben den Diesel- und Benzinaggregaten auch ein Hybridantrieb hinzu. Bereits in der Basis verfügt der neue Skoda Octavia über LED-Scheinwerfer. Auf Wunsch können Sie ein Fahrzeug mit den LED-Matrix-Scheinwerfern ausrüsten. Selbst bei sehr schlechten Sichtverhältnissen bietet dieses Lichtsystem eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn. Wenn Sie mit Anhänger oder Fahrradträger unterwegs sind, ist der Skoda Octavia genau der Richtige. Mittels Knopfdruck lässt sich die optionale Anhängerkupplung bequem aus- und einfahren. Auf Wunsch bietet der neue Skoda Octavia ein Head-Up-Display. Dieses System projiziert wichtige Infos wie Geschwindigkeit, Navigationshinweise und vielmehr direkt auf die Windschutzscheibe. Der Skoda Octavia lässt sich mit dem Infotainment-System der neuesten Generation ausrüsten. Mit der Sprachsteuerung können Sie ganz bequem eine Vielzahl an Funktionen steuern. Ein Tastendruck am Lenkrad genügt, um Ihren Assistenten zu starten. Sitzheizung ein. Alles klar. Das Kofferraumvolumen ist beim neuen Octavia sehr großzügig ausgefallen. Ganze 640 Liter sind es beim Kombi. Klappt man die Rücksitze um, sind es sogar bis zu 1700 Liter. Besuchen Sie uns in Christkirchen, Haag oder Ried und testen Sie den neuen Skoda Octavia. Klappt man die Rücksitze um, sind es sogar bis zum nächsten Mal.